So, Brigitte Zybris, die Wirtschaftsministerin, sagt also, 150 Millionen Euro wird der Bund erstmal zur Verfügung stellen. Und damit sind wir hier im Studio bei Klaus Weber, unserem Experten, wenn es um solche Themen geht. Klaus, wie lange werden die 150 Millionen Euro denn wirklich reichen? Also man sieht ja schon bei den Aussagen der Politiker, dass da einiges nicht zusammenpasst. Zybris sagte bis November, nein, Dobrindt sagte das und Zybris sagte drei Monate. Das ist schon ein Unterschied von zwei Wochen. Insgesamt gehen Experten aber davon aus, dass es wahrscheinlich nicht ganz so lange dauern wird. Wenn ich jetzt in Griechenland wäre, wäre dort Fluggast von Air Berlin gewesen, dann wäre ich sehr froh, dass die Bundesregierung mich sozusagen nach Hause fliegt. Das wären Sie wahrscheinlich auch. Grundsätzlich ist das natürlich gut, dass die Bundesregierung an der Stelle einspringt. Aber ob das jetzt drei Monate oder bis zum Ende des Jahres reicht. Ich glaube, einen regelmäßigen Flugbetrieb kann man mit diesem Geld nicht dauerhaft aufrechterhalten. Bevor wir in die Untiefen von Air Berlin gehen, müssen wir vielleicht nochmal erklären. Air Berlin hat einen Insolvenzantrag gestellt. Ich habe vorhin ja schon gesagt, pleite sind Sie deshalb noch nicht. Vielleicht sollten wir den Unterschied einmal kurz erklären. Also Insolvenzantrag bedeutet, dass man jetzt in die Insolvenz abgleitet. Man schaut jetzt erstmal, welche Teile gibt es an dem Unternehmen, die noch brauchbar sind sozusagen. Man hat noch Teile, die profitabel arbeiten. Das prüft jetzt normalerweise ein Insolvenzverwalter. Das will Air Berlin aber selber lösen. Das wird noch geprüft, ob das geht. Und dann wird man versuchen, die Insolvenz so arbeitnehmerfreundlich wie möglich vonstatten gehen zu lassen. Das heißt aber sicher auch, dass man sich von nicht profitablen Teilen trennen wird müssen. Dass möglicherweise ein Investor kommt, der dann auch einen Teil übernimmt. Teile übernimmt. Und das sind wahrscheinlich die Filetstücke. Da haben wir schon gehört. Lufthansa ist vielleicht interessiert. Auf jeden Fall gibt es positive Beispiele, die aus der Insolvenz heraus wieder dann an den Start gegangen sind. und positive Geschichte geschrieben haben. Märklin ist so ein Fall. Da hat es funktioniert. Es gibt aber auch viele Unternehmen, die es nicht geschafft haben. Vielleicht bekanntestes Beispiel Philipp Holzmann, wo damals ja auch der damalige Kanzler Gerhard Schröder noch auf dem Balkon von Holzmann verkündet hat, wir steigen ein und jetzt wird alles gut und es ging eben nicht gut. Also Insolvenz immer ein schwieriges Thema, aber es kann klappen. Das wollte ich gerade sagen. Es kann also tatsächlich sein, dass am Ende Air Berlin in mehreren Monaten, eher mehreren Jahren, möglicherweise doch dann gerettet aus dieser Insolvenz hervorgeht und ganz normal der Betrieb weiterliefert. Das kann passieren. Möglicherweise ist es aber eher so, dass ein Investor einsteigt und sich eben die Teile einverleibt, die im Moment profitabel erscheinen, die die Filetstücke sind, wie ich eben sagte. Gut, dann schauen wir mal weiter im Marathon dieses Tages nach dieser Meldung der Pressekonferenz und gucken, welche Überraschung auf den nächsten Minister, auf den Verkehrsminister Alexander Dobrindt.